Schön wäre es, wenn man im Chalet Schild weiterhin relaxen könnte. Seit gestern fühle ich mich mit dem Chalet Schild aber sehr alleine gelassen von unserer Regierung in Bern. Dass die Gastronomie einfach so ignoriert wird und in keinem Ton erwärmt wurde, empfinde ich als respektvoll. Ich bin und bleibe ein Gastgeber mit Herz und würde mich freuen, auch nach dieser Krise meine Gäste wieder kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Bei der letzten Zeit und gerade nach gestern werde ich immer wieder von Liebe geniessen darauf angesprochen, wie sie uns helfen könnten. Der Anteilnahme und Solidarität sind sehr gross. Das erfreut mich auch sehr und motiviert mich ganz extrem. Ihr könnt uns ganz einfach helfen, indem ihr jetzt Gutschein postet oder Member werdet. Für Member zahlst du 100 Franken und wir geben dir nicht 100 Franken Gutschein, sondern 110 Franken Gutschein. Aus obendrauf zwei Kaffeegutschein und eine Einladung für unser Risotto-Essen vom 23. August. Für das sagen wir Danke. Wir essen etwas weniger. Dafür conscient optionen! Wir hbowsen aus Wasser zu kommen und gehen bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020